So, hey Leute. Erst, das ist die erste Aufnahme, eigentlich nur eine Testaufnahme für mein neues Staffel Threads. Und ja, mir ist nichts besseres eingefallen, als wir erstmal eine Runde Team Fortress 2 aus einziehen. Gut, ansprach. Ja, ich finde das ist ein ganz lustiges Spiel. Ich hoffe ja irgendwann mal mit anderen zu spielen, wäre lustig. Und, naja, wer nicht weiß, was das ist, sollte sich vielleicht vorher informieren. Weil sonst könnte es sein, dass ich ja hier nicht durchführen. Genau, deswegen. Ach, ist dann scheiße auch wieder her. Jetzt brenne ich auch noch. Ich hasse sowas. Ja, 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 Medic. Und, ähm. Jo, das bin explodiert, na voll. Oh, jetzt sind wir das hier. Ich hab dich doch gesehen, wie viel der Spy. Okay. Burn. So, haha. Halt, klitz Arsch. Oh, ups. Ah, ja. Ich hab dich auch. Halt, klitz. Halt, klitz. Halt, klitz. He, 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 he. Ah. Leben, danke. Okay, so schnell wie die Runde angefangen hat, ist sie wohl auch gleich wieder vorbei. Oh, ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. Ach, ich freu mich schon auf meine anstehenden, anstehenden Projekte. Also, ich werde Minecraft weitermachen. Das ist, das ist klar. Na okay, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht so bis Folge 200 und dann, oder bis Folge 150, ich weiß nicht. Erst mal so, so eine kleine Pause und dann wieder anfangen mit einer neuen Welt. Zudem kommt ja auch demnächst Dragon Age. Stut, du, du, oh. Äh, scheiße. Ah, Mist. Zudem auch zudem kommt bald auch Dragon Age 2. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Folge hier hochladen, also. Habe ich jetzt eine Stunde gebraucht, um die Wohnkarte richtig anzuschließen, oder? Ähm. Oder hat gerade jemand meine WhatsApp gestellt? Egal. Ja, nee, ich hab gerade nochmal versucht, äh, so Tost, Aufnahme-Tost, wie den Mikro-Test und so was. Ich hab Kopfhörer-Kabel, äh, in die Mikro-Boxe gesteckt und hab natürlich nichts aufgenommen. Ich hoffe, wenn man halt so, ich glaub, mein Herz auch nicht, wenn ich hier, ich komm mit dem Mikro gar nicht gegen, mit meinem T-Shirt. Hä, hä, ja, ja, Dragon Age 2, ach, das wird ein lustiges Projekt. Habe ich mal. Naja, ein paar neue Fans. Vielleicht. Also, wenn man die gespumpen will. Willkommen, die gespüche Treffer-Kabel. Ha, um die Siegbarkeit. Ah, ich hasse Büros. Darum bin ich auch immer einer, weil die so geil sind. Die nerven so scheiße. Ach, Gott. Hä, ein Auge. Hä? Nebenbei läuft Kill Kill 2. Dessen Sinn, ich nicht verstehe. Zumindest des zweiten Teils. Naja. Oh, ich freu mich so, Dragon Age. Wie gesagt, ich werde aufnehmen, wenn ich Zeit hab, weil sie Zeit habe, keine Zeit. Hat sich rein. Ja, so Weihnachten und so, das ist jetzt so, überhaupt nicht so der richtige Zeitpunkt, oder zumindestens, ich hab keine Zeit, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Also, das hier mache ich jetzt um, ich weiß nicht, welchen wir heute haben, ich weiß nicht, ich mache es um, um zwölf, abends, nachts. Also, eigentlich morgens. Naja, bald ist es morgens. Naja. Wie gesagt, trotzdem kein Gezeug, überhaupt nicht. Und ich lasse oben, die Anzeige, die wird jetzt nur für das Spiel hier eingewendet sein, weil ich will einfach nur sicher gehen, dass jetzt alles funktioniert. Äh, ich werde jetzt auch nur diese eine Runde hier zocken, also, bis wir gewonnen haben, könnte doch ein bisschen länger dauern, ich weiß. Äh, ja. Scheiße. Können wir gewünscht dann gar nichts an. Wir lernen es aber nicht, oder? Nee. Ja, meine Axt. Ah! Ah, ha! Ah! Ah! Oh, gleich die volle Portion. Oh, ich hasse ruhig. Das Schlimmste ist ja, wenn du mit deiner Gruppe kurz vorm Gewinn bist, dann wirst du unter anderem Tiefel gesteckt. Das ist immer das Beste. Das ist immer das Beste. Also, ich könnte mich jedes Mal aufregen. Naja. Ich hab nicht gesehen, wie gesagt. Bann-LT. Ah, ich liebe diese Spielen. Ich könnte es jeden Tag spielen, was ich jetzt mache. Ich hab nämlich jetzt Skyrim. Da hab ich leider auch schon etwas Zeit verschwendet. Also, Zeit, die ich hätte aufnehmen können. Also, das ist ein Kürz. Nein, aber komm. Aber, das ist Weihnachtsgeschenk und ich würde gerne jetzt erstmal ein bisschen spielen. Ich bin ja nicht so, dass ich entweder jeden Abend Zeit hab um zwölf bis um drei hier meine Spiele aufzunehmen. Also, was ist mir denn? Also, was ist mir denn? Hallo? Das ist mir denn schon zu viel. Hallo? Du kriegst keine krisische Treppe? Ich hab doch den Rücken schon gemacht. Gut. Nee. 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 Kapit. Jetzt gibt sie Rache. Ist mir gut, doch? Angepost. Angezündet. Ja, ich hab gesagt, die Tücher sind scheiße. Ah, das ist nicht... was? Ich will doch nur... Ich glaube, die Runde ist bald. Nein, nicht bald zu Ende, aber... Ich kann mich mit einem Sniper nicht verteidigen, sonst könnte ich mit meinem Sniper immer noch so anfangen zu schießen. Ich hab meine Sniper nicht verteidigen. Ich hab meine Sniper nicht vergeteilt. Danke für dich. Achso, danke für dich. Okay. Ich hab irgendwen weg gemettelt, aber nicht den, den ich wollte. Nee, what the fuck. Scheißdreck. Könnt nur sein, dass der Ton hier einfach zu laut ist. Also wird den in-game-Sound das müssen wir abregeln. Also nach der ersten Aufnahme, die ein bisschen kürzer wird. Wird dann erstmal so Sound abgemischt. Also zumindest zu in-game-Sound. Ja, na okay. Beide auf einmal. Solange ich, solange mein Tod nicht. Ich bin nicht entwehrlich so. Einfach nur so. Naja. He, 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 he. Ich sollte doch nicht anfangen, sogar zu schreien. Jetzt hat sie gerade geleckt. Ein kleiner Frame-Eindruck. Und jetzt bin ich gestorben. Yo. Jahres. Ich hasse. Ich hasse diese ... Ah, irgendetwas von Verwundbarkeit. Leck, no. Uh, kritische Ertel. Hit, Treffer, okay. Ich könnte natürlich auch auf Deutsch umschalten, um das alles Deutsch zu sagen. Aber das will ich nicht. Ich spiele jetzt seit ich angefangen habe mit der englischen Versuchung, weil ich nie die Einstellung gefunden habe, um jetzt hier auf unsere Kreuz anzustellen. So, ich finde es besser als das normale. Uff, schade, tot. Ich freue mich auch schon auf die erste Minecraft-Aufnahme, wenn der Ton dann endlich richtig schön ist. Naja, aber das mit dem Mikro hätte ich mir besser vorgestellt. Ich musste schon Klebeband einsetzen, damit es überhaupt zusammenhält. Ich habe es nach drei Tagen kaputtgekriegt. Nein, das war nicht ich. Das war meine Mutter. Weil sie sich natürlich wieder aufrollen musste und dann hat sie das Teil so scheiße hingelegt und dann ist es kaputtgegangen. Also, ich gebe mir jetzt nicht nie die Schuld. Ich gebe mir die Schuld. What the fuck? Mir nie! Mir nie! Wir próbaten nicht. Ich werde mich hier an. Whoa. Du bist. Busquand nicht. Oh Gott, was war das denn gerade? Meine Stimme. Ach, hoffentlich funktioniert das jetzt alles, was ich will. Das wäre das Beste. Naja. Ich habe Fraps, das ist das Beste, das ist das Allerwichtigste, das erste Mal. Und erst mal wollte ich fragen, möchtet ihr, ich weiß, dass es schon viele machen, aber möchtet ihr einen Skyrim-Messler? Ne, sonst stehe ich doch wieder. Soll ich mal sagen, was das hier ist? Schade. Aber jetzt. Kamikaze. Nein, Kamikaze ist was anderes. Das machen wir einfach rein, alles anzünden und ein bisschen Kills meistens. Ja, also wollt ihr ein Skyrim-Let's-Play? Ich weiß noch nicht, ob ich das mache, weil es dauert doch schon ganz schön lange. Ich glaube, ich habe jetzt den letzten... Ich will jetzt nicht sagen. Aber ich habe schon ein bisschen gespürt und es... Es ist ganz schön viel. Es ist fast schon wieder viel zu viel. Oh, mein Halter hätte ich dann was trinken sollen. Eigentlich ist schon wieder viel zu lang. Also wenn, dann erst, wenn Minecraft erstmal Pause macht. Und zwar für Skyrim. Und wenn denn... Ja, mal sehen. Ich habe ja auch noch hier... Ich habe auch noch Warhammer 40.000. Und das hier kann man ja nicht letztendlich fliegen, aber... Ihr Shooter hier. Haut ab mit euren Medics. Ah! Fucker. Ha ha ha. Ha ha ha. Warte. Niemals! Das ist immer das Beste. Immer das Beste. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Eigentlich soll es nicht länger als 15 Minuten werden. Naja, wenn möglich, dann auch egal. Dann könnt ihr mir, könnt ihr mal den, den ich hier anstelle. Ich finde ja, die Nahkampfwaffen sind hier total, irgendwie total dumm. Bis auf den Spy, äh, benutze ich die kaum, weil es ist sinnlos. Ja. Eins, zwei, drei, äh. Also nur die halbe Ladung Munition. Das ist nicht schade. Hm. Warte, 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 warte. Da ist gerade ein... Na ja. Wir haben nur die Arte, die da. Na so, okay. Also ich hab Warhammer, ich hab Dragon Age. Ich wollte gerade versuchen, mit Alt zu rennen. Ja. Oh, wir sind am Gewinn. Skyrim, Dragon Age. Also das hier werde ich ab und zu mal machen, weil ich finde das einfach mal lustig. Nicht immer die gleichen Karten, aber also ab und zu. Also Dragon Age kommt. Warhammer wird auch kommen. Das ist klar. Minecraft, Minecraft, natürlich. Äh. Sollte treffen. Ja. Also Minecraft wird auch weitergehen. Nach einer Pause wird nicht da so eine neue, ja, Staffel. Welt. Welt anfangen. Wird jetzt so so lustig werden? Ich glaub nach 150 Folgen oder so mach ich Schluss. Weiß nicht. Ach, ich. Wow. Eigentlich wollte ich da keine Klazen machen, damit ich nicht so eine Dingskrieg habe. Aber auch egal. Hab ich? Nein. Also Minecraft wird weitergehen. I'll be back. I'll be back. Also Minecraft geht definitiv weiter. Egal wie ich das mache. Vielleicht nach 200 Folgen oder 100, keine Ahnung. Ne, nach 100 ist mir zu gut. Das sind mir noch zu wenig. Ich hab' ihnen noch bloß was vor. Ich hab' dich gesehen. Wann, es war. Nur wo? Höhöhöhöhöh. Tod. Warte, doch. Manchmal sterben wir auch nicht richtig. Die haben so eine geile Ruhe, damit die nicht sterben. What? So. Warte. Ich weiß nicht. Hochspringen, das hab ich gerade entdeckt. Funktioniert ganz gut. Also wie gesagt. Schreibt mir, wenn ihr es aktiviert habt. Haaahhhh. Das war ein Vollmingling. Also schreibt mir sonst in die Kommentare oder keine Ahnung was. Äh. Was wollte ich noch mal sagen? Ich hab hier Skyrim drauf. Wenn ich mir gesagt, ich wollt mir auch noch ein M-M-M-Mass-Effect holen. Drei Teile. Einmal durchspielen. Eine komplette Reihe. Würden wir mal sehen. Und dann würde ich nur sagen, ich trage alles, was ich um die Handel fülle. Was gut ist. Zum Beispiel, ich habe noch Debility 2 Ego-Bakon Das ist das allerletzte Spiel, was ich Let's Plane würde Das allerletzte Besonders Das ist das allerletzte Ich habe es zwar, ich spiele es zwar Aber nicht cheap Cool, äh, cool Cool Komm her, komm her Hallo Ah Cool, ich habe sogar einen getötet Ab, warte Schade Oh Mann, ich hatte das Warte, ich werde jetzt einfach mal eine andere Rasse, äh, Klasse spielen Was will ich spielen? Bring alle nicht Lass mich mein Souljet Hä, also Souljet Oh Können wir aber eine andere Ich könnte den Q-Metzler benutzen Ne, 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 ne Ich habe noch so, was man spielen könnte Ich habe noch mal eine andere Rasse, äh, die Spiele, die ich noch gerne möchte Obwohl, mit Skyrim hätte ich denn Ich habe nicht gesehen, wo das war Eigentlich habe ich nicht, ich schieße eigentlich auf jeden, den ich sehe, selbst wenn meine Verbündete sind Ich weiß nicht, bevor Skyrim würde einiges einräumen Wenn Minecraft erst mal Pause macht Ich habe den Was ist denn so ein Pisschen? Nein, ne? Dragon Age, oder? Oder Space Movements? Äh... Wobei... Ich... Dragon Age hat auch noch eine angemessene Spielzeit. So. Dragon Age hat auch noch eine angemessene Spielzeit. Also... Äh... Entschuldigung, dass man jemand kaputt macht? Nein, lass ihn fein, nur kann man schieben. Das ist natürlich so eine schöne Spiel. auch und ich bin zweiter ist nicht weil ich sehr gerne zusammen und abändern achkomm die letzte wo sie macht doch sogar dann gehen überdosis die Nö. Aber... Mal schnell so zum Crafting-System hier. Ich müsste... Da ich ja noch einen Kritzkrieg und einmal den Ida-Gunz. Das ist richtig nicht benutzt. Einmal Restmetallien gestellt, okay. Kuh-Metzler. Oh, ich finde das hier gut. Aus dem hat der Kuh-Metzler keine kritischen Treffer. Hallöchen Freiheitswerfer. Also, das Spiel ist nur erstmal so. Zur Werbung. Das Spiel ist kostenlos. Ihr könnt euch bei Steam downloaden. Coole Seite, viele Spiele. Passt alle. Dragon Age 2 ist nicht dabei. Ganz cool, macht das ja. So, Dominating. Ich stimme nicht mal. Ich vertapse noch. Wo haben wir? Dragon Age. Ich kriege dann noch die Testplatte von meinem Präsent. Und dann geht's ab. Da ist auch Mass Effect drauf. Erst die beiden müssen drauf sein. Also... Ach, ich werde schon immerhin mit dem Ziel spielen. Und seine spielt das hier. Aaaaaaah. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 Mama. Der mag nicht. Aua. Du, 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 du. Ich spiel mir mit dem Feuer. Auch wenn ich das gerne mache. Ich habe da doch den Snyder. Wo kommt der? Der ist weg. Aber der kommt weg. Na... What the fuck? Das ist schlimmer, als wenn ich mich in Minecraft erschrecke. Das ist schlimm. Ich hoffe, das hört mal mit dem Sound alles hin. Äh, wenn es sein muss, ich lasse trotzdem noch. Einfach nur so. Guck mal, wie doof er ist. Der kriegt uns immer wieder eingestellt. Zwei... Zwei... Wo ist der Sniper? Bitteschön. Der hat mich ja auch noch angepisst. Jetzt geht's zurück hier. Was wird er stehen? Ich weiß nicht, wo er steht. Äh, ich meinte, ich bin tot. Äh, der Schwede. Ich würde sagen, würde ich gerne mal bedauen. Jetzt gibt's eine... Wo kann ich meinen Teig platzieren? Was? Ich brauche 70 WB? Warum hat sich... Ah, ich habe einen neuen Stuhl. Das heißt, ich werde es jetzt endlich bequem haben, während ich zocke. Viele Gamer aufnehme. Ach, das wollte ich halt dann. Also nur so, ich habe Skyrim schon angefangen zu spielen, aber ich bin... Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich brauche... ...eisen. Nein, ich brauche keine Kohle, das brauche ich Eisen. Ich bin ein sehr guter Skyrim-Spieler. Ich bin nicht jetzt nur ein paar Mal gestorben. Ein paar Mal. Okay. Alibaba. Jetzt gibt's Prügel. Ah, hallo Freiheitswerfer. Aber... Ich weiß nicht. Sonst habe ich immer den Drang... ...hier wirklich... ...mein... ...Ingenieur. Ingenieur. Also Ingenieur ist ja meine Lieblingsklasse. Ist ein Insider. Also ich mag den Ingenieur, also ich liebe diese Klasse... ...durch... ...ich hat sie Sniper. Ich glaube, ich habe Hallos, ich habe gedacht, dass es zu bewegt sind. Eigentlich nehme ich hier schon wieder viel zu lange auf und ich würde einfach mal sagen... ...mach ich das schon mit. Schönen! Maufen, geflossen, nicht passiert. Ich habe doch mal Pyro da gesehen. Wie wär's. Uh! Ich habe so ein geiles Teil... äh, Teil von Halloween, die kriegt das Macht. Das lässt dich auf wundersame Weise sterben, was anders geiles, weil du dann so mensam viel, also wenn du explodierst. Oh ja, das ist besser. Ähm, ja, sentry, sentry grow, grow, growing up. Das ist ein Bugs. Achso, ja, okay. Heh, heh, heh. Oh, oh, nein. Yes, diese Cheater. Weiß die Cheater, aber wirklich auf den Tei, also auf den Tei. Nein. Und der Pügel jetzt in den Backhandels. Ja, 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 Spins are growing up. Nein. Nein. Ich ziehe raus. Ich mag das eigentlich. Du kannst hier irgendwo hin, irgendwie perbarrikadieren, sodass sich nichts erreicht. Und dann kannst du... Ja, dann schießt deine Gang und mach mal alles ab. So, die Hunde, dann schütteln wir uns mal auf den Eisenpastung. Wir... ...was drüllen jetzt. Zum Wiederhunde. Ja, da muss ich wohl mit meiner Spitzhacke so ein bisschen graben. Moment, dann werde ich da wohl irgendwann auf Einzelstoßen. So. Mission Ends in 60 Seconds, und dann hab ich gewonnen. Wir haben gewonnen. Tja, und wenn wir da drin, dann mach ich erst mal Pause. Also ich werde das Video hochladen, egal wie scheiße das ist. Nur wenn du es nicht aufgenommen hast. Es könnte sein, dass ab und zu mal so eine Rückleiter drin sind. Nicht wegen Frame-Angriffe, sondern bei Fraps, das in... ...so bis 4 Gigabyte aufnimmt. Also, äh, also er nimmt sie... Also, er nimmt auf und teilt das dann so in kleine Teicheln. So 4 Gigabyte-mäßig, glaub ich war das. Ich muss sie zusammenschneiden. Ich weiß nicht, ob er das so sofort... ...millisekundlich oder... ...aufnimmt, oder er die einfach nur auseinander. Weißt du, aufnehmen? Und denn auseinander? Ich weiß auch nicht. Können sein, dass es die nächsten Aufnahmen, zum Beispiel Minecraft und so, oder... ...Minecraft, also die erste Aufnahme Dragon Age, kannst du verknicken. Und Minecraft Silvester Special auch. Aber so die nächste Aufnahme, mein Gott, vielleicht oben nochmal einblenden. Das ist gleich eine andere Ecke. Aber einfach nur so, damit... ...damit ich sehe, dass es aufnimmt. So, einfach mal testen. Kommt hier mal was? Toll. Scheißdreck. Hab ich dich gebaut? Jetzt kommt keiner. Hallo? Ich dürfte ruhig mal vormarschieren. Hallo? Ich sag, da halten wir uns. Was? Ah, wir haben gewonnen. Das ist ja das Beste. Du hast, du hast so ein kritischer Treffer und bist... ...dingt sich. Ich würde mal sagen, äh, auf Wiedersehen, Leute. Und habt Spaß, äh, hoffentlich, ich hab dir hier Spaß bei meinen ganzen Fails. Ne, die nächste Runde zeige ich euch nicht mehr. Tschau, ... Bis zum nächsten Mal.